Annalena Schmid ist die Gewinnerin des Luftballonrennens, das der Metzinger Ortsteil Neuhausen anlässlich der 925-Jahr-Feier veranstaltet hat. Ihr Siegerballon legte 121 Kilometer bis nach Heidenheim zurück. Dafür gab es ein Wochenende mit Übernachtung für die Siegerin und ihre Familie im Europapark bei Rust. Aber auch viele andere Teilnehmer gingen nicht leer aus. Sie durften sich über Reisetaschen, Gutscheine und andere Kleinpreise freuen.